Guten Tag, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Overwatch mit dem Bronze, mit dem Tobi, mit dem Leno und dem Taros. Was bist du da am Essen denn? Ich hab einen leckeren Schokoriegel gerade verzehrt. Was für einen Schokoriegel? Einer mit Nuss. Nicht mit Nuss, mit Schokolade. Bacadamia-Nuss. Schokoriegel mit Schokolade, alles klar. Ich sag dir, es ist die Marke. Da muss die Firma erstmal Geld für bezahlen. Du kennst das doch. Achso, ja stimmt. Da ist man direkt bezahlt. Da muss man Tausende bezahlen. Damit man das erwähnt. Ja, ja. Renno Allah. Lukas. Renno Allah, komm jetzt da. So, ich bin die Mercy. Die ist mal Mercy Jackson. Die sechsten. Okay, Leute. Wo ist jetzt der Tank? Wo ist der Hina? Lass mal zusammen. Ich bin der Tank, Mann. Ich glaube, ja. Boom. Oh, TF Allah. Du siehst wieder an den besten. Lutschmann, der Bauchnabel, Alda. Alles Jambon, Alda. Ich meine, Wada-Wada-Bang. Achso, die sind da, ne? Auf Vorsicht. Hey, Mercy bin ich, habe ich eigentlich, er wäre schon kritisch hier. Guck mal, ihr Pisse, Alter. Hä? Tobi, toll. Geil dich, Tobi? Kleiner, kleiner, geiler Mann. Oh, die haben da so ein scheiß Schild, Alter. Muss natürlich auch immer ein bisschen Dennis beschützen, ne? Weil der halt unser wichtigster Mann eigentlich ist. Ich kümmer mich um euch. Tobi, drauf, da, drauf, da, der. Pass auf, die rechts ist irgendwo einer da drinnen, Leute. Hä? Oh, Tobi. Leute, mach doch. Helft dem, Tobi. Helft mir doch. Helft mir doch. Ey, ich wurde angegriffen, Leute. Ich dachte, ich dachte, ihr müsst mich verschießen. Ja, der kam jetzt von hinten, Nadine, ist sauer. Ja, ich muss ein bisschen defensiver spielen. Aber ich muss halt bei euch in der Nähe sein, ne? Genau, genau. Kommt zu mir, Wut. Hat der mich auch noch geholfen, der jetzt gibt's noch. Merci, merci. Oh, Alter, die haben zwei Tanks jetzt. Krass. Zwei Tanks haben die? Okay. Ja, ja, zwei Schilder da. Warte, bevor ihr loslauft, immer so vielleicht sammeln am besten, weißt du? Aber wenn ihr jetzt einzeln reinlauft, dann seid ihr natürlich wieder in der Angriffsfläche, ne? Das Problem ist halt, dass für den Modus ist der Spawn einfach so weit weg. Ja, das ist echt so. Dafür gibt's halt zum Beispiel diesen Symmetra mit ihrem Transporter oder so, ne? Oder Mercy kann uns ja auch wiederbeleben, weißt du? Ja, ich hab den, äh, die Ulti schon. Ich warte mal, wenn der Underdown ist, dann mal richtig. Ja, wie geht denn? Super, super. So, wir jetzt. Jawolle! Komm her, Tobi. Oh, warm. Komm her, Tobi. Oh, da ist rechts und so ein Scheißgeschütze. Das ist irgendwie der Scheißgeschütze, Alter. Ja, hier links oben. Hab's. Das ist ein Verteidigungsanlag. Rein, da, rein, da, rein, da. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ja, super, super. Sehr gut. Geil, Mann. Okay, jetzt halten wir hier. Jetzt halten wir hier. Komm her, Bronzo, ich geb dir ein bisschen hier. Danke, danke. Hey, sechs Prozent, nice. Aber die haben 70 schon, ne? Vorsicht, den Dingsautraum. Oh, oh. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, super, super. Nice, Tobi, geh drauf. Ja, Mann. Hast du ihn, Alter? Ja, nice. Wenn Tobi volles Leben hat, der ist dann immer mit Blau, ne? Ja, ja. Hilf mich. Geil, ist direkt vom Switch. Geil, ist direkt vom Switch. Geil, ist da geil, ne? Bei Mercy, wenn du Shift drückst, dann bleibst du die ganze Zeit an einem Dran. Da, wo du hingehst. Du spielst halt hinterher alles. Komm her, Bronzo. Ich kann nicht raus, weil der Dings ist da, der McCree. Geh, jetzt. Nice. Das ist halt auch immer geil hier mit Dings, ne? Mit Widowmaker, dass man dann hier den Wallhack hat, ey. Sehr gut. Was ist denn, was ist denn eh bei Widowmaker? Ja, das ist so eine Art Verteidigungsspinne, weißt du? Du kannst dich zum Beispiel neben deiner Figur positionieren und wenn dann einer da reinläuft, ist das so eine Art Falle, dann siehst du das. Vorsicht, der McCreeks zündet dann ist sie. Nein, der hat nicht. Krass. Dann ist er da. Bist du da? Mimicree. Ja, mir ist es nicht cool mit dir beleben. Komm her, Lass. Kass, da musst du mich helfen. War ich mir tot? Was denn? Ne, ne, ist schon gut. Aber wir sind in Front. Das ist schon mal gut. Ja, sie, 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 sie haben wir. Na, der, ey. Roadhog ist wieder da. Roadhog. Oh, Mann, ich bin tot. Scheiße, scheiße. Wir haben es gleich mal 10%, 10% nur. So schnell bin ich gar nicht dahin gelaufen. Ja gut, aber das kann jetzt auch noch eingenommen werden. Ja, muss auch passen. Vorsicht, die sind drin. Die sind im Camp. Ja, ich bin tot. Ach, meine Ahnung wie. Ah, scheiße, Alter. Das kann nicht sein, dass wir jetzt bei 99% tot. Wir müssen das Ziel verteidigen. 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 Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der lässt sich kommen. Scheiße, ist knapp. Schwingt sie hoch. Was hast du mir? Ja, voll hier. Ihr denkt, wir müssen auch nicht mal raus, ne? Pest nicht mal. Hol euch, hol euch dich. Ja, komm schon. Ja. Einnehmen. Hammer, hammer, hammer. Komm schon. Ja, Mann, ja, wir haben's, wir haben's. Oh, wir haben's, wir haben's. Erste Runde. Nice, Alter, sehr gut. Aber den Mod finde ich eigentlich ganz geil, weil es hier halt zwei Runden gibt. Oder drei oder so, weiß ich was ich mein? Das ist eigentlich ganz cool. Das ist geil. Boah, ich spawn bei Tobi im Rücken, Alter, ganz ehrlich. Ja, geil, Tobi. Geiler, ich speitsche, du. Warte, weißt du, warte, warte, warte. Was, was ich dazu sage? Ne. Wie machen wir denn, du? Achso. In dir ein Stück. Hä? Fickisch, hä? Was ist das denn? Äh. Wer fasst ne Schande, hier in der Runde abzumoxen? Hm. Ich stelle mir jetzt mal das Arschlob in meinem Haken. Puh. Puh. Rotos. 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 Nehmen Sie das Z-Bank ein. Das ist echt cool, wenn du bei, bei, äh... Mörs, die hier Shift drückst. Du hängst dich einfach echt. Ich mach jede Bewegung, die der Bronzer auch macht jetzt hier. Genau, du kannst auch zum Beispiel, wenn ein Fahrer in der Luft ist, zu da hinfliegen, weißt du? Ja, ja, eben. Das ist voll geil. Das ist voll geil, ey. Guck mal, kannst du oben jetzt hinfliegen, weißt du? Ja. Oh, 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 oh. Fassen Sie mal auf, Kollege. Hey, schell auf euch. Oh, 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 oh. Ich bin immer auf die Seiten, ach, ne. Ich komm von der Seite. Na, ihr Pesser? Ist das Schatz erwischt? Kann doch nicht sein, Alter. Ja, fick dich doch, Junge. Hey. Ich hau ihm die ganze Zeit mit meinem scheiß Haken ins Gesicht und er tue. Nice, Bronzer, nice. Ich bin tot, shit. Ich bin tot, komm mal, komm mal. Ach, ich hab immer explodiert. Wenn man einfach so ein Auto einfach mal hört, ne. Ja, das war eine sehr dumme Idee, Tobias. Da oben ist so'n, so'n Dings, ne, so'n, so'n riesen Ding, so'n, so'n scheiß Geschütz. Die haben auch einen Healer, ne, du bist ja schon, ne. Aua! Ach, komm, Alter. Ich brauch meine Ulti dafür, um da reinzugehen. Ah, mich hat's auch erwischt. Boah, ich werd grad richtig auseinandergenommen, Leute. Ja, die haben das gut gemacht, muss man einfach sagen. Ja, die haben einen da oben rechts stehen. Der ballert halt die ganze Zeit Granaten da rein, einfach nur, ne. Und die haben auch noch so'n Geschütz da stehen. Ja, das war schon vorhin mal. Der ist doch scheiße. Oh, da ist ein Geschütz, ja, stimmt, scheiße. Boah, ich komm hier nicht mehr aus, ey. Boah, fuck, ey. Oh, wir nehmen den Punkt an. Ja, Bronzl. Jao. Ach, komm, leck mich doch, Alter. Das ist doch scheiße, einfach mal. Verlier' uns wieder. Ich hab die Ulti. Pass auf, wenn der oben um. Oh, Mann. Heiße, Mann. Den haben wir sogar noch mitgenommen, ne? Ja. Aber da war noch der Panzer. Die müssen gar nicht mal am Punkt stehen, um den zu verteidigen, weißt du? Das ist krass. Ja, wir werden ganz richtig hochgenommen. Hey, warte mal. Bleib' noch kurz zusammen, eben. Dann können wir den einmal komplett überrennen, den Spot, weißt du? Dann haben die eh keine Chance. Ich hab jetzt meine Ulti. Ich hab meine Ulti-Laufbau von hinten gerade rein. Ich brauch meine Ulti. So, 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 alle raus, da jetzt. Ja, ich brauch Hilfe, die... ...hört sich an. Ich hab nicht eingekriegt, bist du mich verarschen, Alter? Oder? Ja, doch, zwei hab ich gekriegt, super. Wahnsinn. Hey, was ist das denn für ein Gemetzel drin? Hey, Leute, komm, 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 einnehmen. Hä? Der ist oben rechts, Leute. Der ist immer noch oben rechts. Kannst du wiederbeleben, ne, ne? Ne, ich bin tot. Leute, der ballert da einfach mit dem Granatenrein. Sascha, guck mal, der ist gegenüber von dir. Oh nein. Ich bin mal spawnt, echt teilweise zu weit weg. Dann kommen wir weiter. Boah, komm schon. Rauf. Go, 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 go. Was halten die denn gerade aus, Alter? Das ist gar nicht. Ich bin schon wieder tot. Oh, dieses Geschütz da nicht. Joby, ich stehe wieder auf. Alter, das Geschütz geht mir auch auf den Gang, ey. Autoreifen. Ja, jetzt kommt der scheiß Autoreifen. Wo ist denn das Geschütz? Das ist links oben, hatte ich versuch mal von hinten da ranzugehen. Ah, okay. Rauf auf den Punkt, rauf auf den Punkt, schnell, 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 schnell. Vorbei, aus. Ich bin wieder auf den Punkt. Tank, tank, tank. Krass. Ah, ich bin tot. Ah, dieses Geschütz, Alter, ganz ehrlich. Mann. Die haben ein Dings, ne? Ein Bastion oben. Der hat ein Killstreet von 5, ey. Was ist denn jetzt da? Komm schon, wir sind noch drin. Wir sind noch auf den Punkt. Go, go, go. Ich schaff das. Bastion. Schön, schön, schön. Die friert mich ein, Alter. Nice, nice. Ja, Mann. Achtung, ihr bist drauf, ne? Ja, Mann, nice. Komm, wir sind noch drauf, bleiben, drauf, bleiben. Leute, komm, go. Ich bin drauf. Alter, wenn wir das Ding hier noch retten. Wie ist ein Höhler aus, Alter. Okay, nice, Mann. Nice, 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 komm. Okay, ich hab zwei Goals. Ich hab zwei Back im Hintergrund Goals. Ja, Alter. Hamiss, hamiss. Jo, Erfolg freigeschaltet. Wer hat was anderes am Ende? 100%. Stufe 10, Alter. Auch Brunzala? Ja, Mann. Boah. Ja, Mann, nice. Krass, Alter. Was für ein Match. Geil war das? Mega. Mega. Ja, voll das Highlight, ne? Bastion ist halt Bastion. Und der ist nur am Vögeln, weißt du? Guck mal, der brauchst du die eigentlich nur platzieren, ne? Und dann sprayt der da rein. Wir hätten das Geschütz wegmachen müssen, ne? Vor allem, dass keiner von uns den auch mal eben weg holt, ne? Das ist echt scheiße, ey. Da müssen wir echt drauf achten, auf so hier. Ja. Jesus. Berndala! Hör da erst mal einen hoch, dann, ey. Komm, wirkt die auf dem Brunzala. Da gebe ich mal auch selber einen hoch, ne? Ja, aber... Ja, wieder. Der Overwatch macht aber Bock, ey. Ja. Hat aber gut geheilt, Dennis, ey. Was denn? Hat aber gut geheilt. Ja. Aöden, Mann. Aöden, Alter. 10, Alter. Lootbox erhalten. Oh, Ludi, ich hab ne Lootbox erhalten. Geil. Unboxing incoming, Alter. Ludi, 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 Ludi. Was ist eigentlich das High, äh, das höchste Level, was man haben kann? Äh, äh, jetzt glaube ich gar nicht definiert. Also, du kannst... Nee, es gibt keine, es gibt keine Level, kommen, zum Beispiel. Was? Ankur. Ankur. Nichts. Dennis hat sich jetzt gerade ein Ziel gesetzt. Ja, aber nichts anderes mehr. Ilios. Da bin ich... Was? Ilios? Ilios. Machen Sie sich bereits, Ankur. Wollen wir mal eine Aöden befummeln? Ja, klar. Tobi, sagt mir, wow. Ja, nein, was heißt für Spielmodus? Ilios. Ilios. Angriff, Angriff. Alles klar, wir nehme ich den nicht, nehme ich den Tank. Nehme ich den Tank? Brauchen wir den Tank? Ja, ja, immer, immer. Ja, geil. Also, Roadhog ist natürlich nicht verkehrt, ne? So, jetzt mache ich mal Mercy dann, Dennis, ne? Okay, ja, ja, okay. Dann nehme ich mal Bastion eine Runde, ja? Ja, mach mal. Dann würde ich mal Sascha sagen, irgendwie, irgendwas Offensives oder so. Ja. Also, der... Der Lendo ist doch dabei, nur der ist tot. Hä? Ja, das ist schon wieder vom Problem. Lukas. Nicht weg. Aber es ist wieder dieser Modus von eben, das ist geil. Das ist geil. Das kann doch eigentlich auch nicht sein, dass man zu 5 besser Spiele findet als zu 6. Was ist das bitte für ein Unterschied? Kann das sein, wenn ich ein Nutt-Typ oder so? Ne, ne? Ne. Das kann ja sein, dass der dann nur Full-Lobby sucht oder so. Und das dauert vielleicht dann länger. Yo, Basketballer da. Eis, Alter, wie siehst du denn aus? Ja, das ist ja gar nicht unsere. Eingelocht! Guck mal, Leute. Guck dir mal den Reaper an, hier. Reaper of Souls. Wo ist Santa Maria? Santa Maria. Okay, alle Taros in der Area. Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria. Ja, wir sollten nicht einfach nur reinsprinten, ne? Aufpassen, ich stehe da bestimmt schon. Ich probier' am besten mal vorgehen, ne? Natürlich. Ah, ich bin schon fast wieder tot, Alter, das kann doch nicht sein. Ja, komm, komm, ich halte dich. Wer steht da? Holt ihr den, holt ihr den. Ich lenk' den ab, hier. Ah, haaaa. Kannst du wegrechnen, ne? Ach, du gehst du, ne? Was war das denn gerade, Alter? Die Vitrine, Mann! Komm zu mir, komm zu mir. Komm, komm. Rechts ist einer hier, um die Ecke. Ah, Mann! Sebastian ist nicht meine Klasse. Oh, danke, wer auch immer das war. Hä, echt? Jetzt frepp mich jemand ein? Alter, was? Hier links um die Ecke, Taros. Ja, die haben wieder nen Reepup, pass auf. Oh, dieses Einfrieren, ne? Das ist krass, ey. Ja, das ist so ätzend. Na komm ich nicht, trifft klar. Doch. So, okay. Das ist viel mit der Gesamtsituation. Ich hab' den Bastion erledigt. Komm mal ran da. Aber die haben, könnte man gefallen tun. Hinter C, hinter C, wo ich stehe. Links oben ist einer. Ich krieg' den nicht. Okay, warte. Oh, da geht mal auf mich los. Könnt ihr den holen? Dann kannst du den holen? Ja. Sag besser. Ey, ich flieh schon wieder ein hier, Mann. Und hier oben, oder was? Oh mein Gott. Ja, komm alter. Der fetter ist, kannst du da rum, alter. Ja, da kannst du nix mehr machen, wenn er so ne Ulti ausgepackt ist, oder? Fett, äh, der Bastion, ne? Äh, ja, ja. Kannst du mach' nix, musst du Kuckuck zu machen. Ach so, man kann sich auch, man kann sich auch fortbewegen damit dann, ne? Mit dem, mit dem, äh, mit der Ulti vom Bastion. Ja, genau. Okay. Aber die hält halt nicht viel aus, ne? Zwei, drei Schüsse ist vorbei, ja. Du brauchst halt ne gute Platzierung, ne? Punkt annehmen, warte. Ich hab' Ulti, wenn ihr down geht, seid ihr tolls. Das kann man erinnern, wö? Ja, auch einzufrieden, Mann. Ja, der Co. Jo, wir haben's, Mann. Komm, ich komm. Oh, das war jetzt aber auch nötig, die haben schon 80 Prozent, ey. Vorsicht, Vorsicht, Mitte hier. Hab' einen. Oh, super, ey. Go, go. Alright. Wir sind Angreifer, ne? Ja, oh. Ja, also wir verteidigen jetzt hier gerade. Geht das denn schneller hoch? Die Prozentzahl da oben, wenn wir alle drin stehen? Ne, ne? Hey, ich glaub' oder doch, eigentlich doch, oder? Doch, doch, geht schneller. Die müsste schneller gehen dann. Also bei der Esport hat das auf jeden Fall ne Auswirkung, weil dann... Der Speed sich erhöht, aber hier weiß ich grad nicht. Oh Gott. Hey. Ja, Mann. Oh mein Gott. Ich hab' ihn gekillt und... Ich hab' ihn gekillt und er hat mich auch gekillt. Ich hab' aber die Ulti, ne? Für den Bastion. Komm. Alter, Bronzel. Ich hab' meine Ulti. Oh, schade. Ich wollt' dich grad wieder nehmen, ne? Das wird leider zu spät. Hier links ist einer oben. Ich hab' auch mein Ulti. Ich hab' ne Ulti. Oh. Oh. Jetzt gibt es eine Ass-Hühlung. Oh. 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 Raus hier, raus hier, raus hier. Wir werden alles. Oh. Oh. Geil ist, dass Trubi sich auch noch selber heilen kann mit seinen komischen Abbilder, weißt du? Ah, schmeckt voll gut, Mann. Toll. Die Ulti war mal voll... Die Ulti war mal voll verschenkt. Oh, da kommt wieder ein, ne? Achtung. Wow. Alter. Jetzt fängt die mich schon wieder an einzufrieren, die alte, ey. Dennis, hau auf da, hau auf. Du musst nichts machen. Ja, ja, ich seh. Hey, Hilfe, Bronze. Ich werd' irgendwo angegessen. Oh, fuck. Mann. Oh, danke, Bronze, danke. Links, links. Weg dir, weg, weg dir. Ich hab'n Lurschkönig getötet. Wir haben's, wir haben's. Wir haben's, wir haben's, Mann. Nice, haben wir, oder? Ja. Oh, gut. Nice, Alter. Ich hab' am Schluss noch jemand weggerotzt. Ne, alles. 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 Höher als'n Battlefield, oder? Ne. Mannsorge. Was ist mit dem Geschütz hier? Was ist mit dem Geschütz, Reddo? Was ist mit dem Geschütz? Was ist mit dem Geschütz? Was ist mit dem Geschütz? Was ist mit dem Schütz? Wir haben zwei. Ein, äh, wir haben den ersten Punkt, haben wir, ne? Jo. Wir bauen nur einen. Kann fliegen, geil. Oh, fuck. Was ist mit dem Geschütz? Ja, da oben ist. Was ist mit dem Geschütz? Was ist mit dem Geschütz? Haben wir. Fahrer ist dauernd los. Der ist tot, der ist tot. Der ist tot. Wieso kann ich denn nicht umgehen? Danke. Hör auf! Geh doch weg da! So. Müssen wir dann reparieren. Wow. Nein! Ja! Boah! Alter! Kannst nix machen bei diesem Passion, oder? Ja, ja. Die Passion muss ja wegholen. Der hat grad ordentlich Punkte gemacht, der. Krass. Wo ist der? Der ist hier links bei mir da. Geradeaus durch. Weißt du, direkt auf den Punkt. Ich sag mal, ich sag mal. Der Kara ist hinter uns, ne? Vorsicht. Kara. Die kleinen Kinder aufpassen. Jetzt. Komm vorbei, ey. Vorsicht. Ja, scheiße. Oh, das ist schwer jetzt hier. Haben die zwei Bastions? Kann das sein? Kann sein, ja. Wie ist das denn, ey? Boah, wer war das? Taos, hab ich dir den Arsch gerettet, ne? Ja. Oh, wo, wo? Unter mir. Kriegst du den, Sascha? Kriegst du den? Ja, ja. Okay, ich krieg den doch nicht. Laut ab. Ja man, nice. Oh, hier unten. Rechts. Ey. Hier unten rechts drinnen, Dennis. Wo? Komm, komm, komm. Noch ein Schuss. Alter. Die ist oben. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Oh, nice, Anna. Okay, jetzt müssen wir echt mal langsam auf den Punkt drauf, ne? Nein, dat. Aber super, 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 super. Haben wir einen Heiler? Ja. Oben, Fahrer. Was ist hier los? Was? Ja, wir sind alle eingefroren. Ulchi von Mei. Oh, nee. Ich beschütze die Unschuldigen. Ja, ich bin auch down. Aber diese Mei ist so gefährlich, ey. Oh, Bastion ist wieder hinten. Ja. Ja, wie kann das denn sein, nicht König, Alter? Boah. Alter, ich hatte die Küste wie von 8. Das ist so ein reales Stück. Oh, nice. Wer hat mich wieder überlebt? Ach, scheiße. Aber da bin ich draufgegangen. Ach, ich habe eh jemanden geholt. Wir müssen das unbedingt holen. Komm mal, for you. Do it. Das beste Spiel des Jahres. Ja. Nein, ich werde angegriffen. Oh mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie müsst ihr kommen, Leute? Ja, wir müssen, unbedingt. So war's das. Verlängerung. Verlängerung. Ach, leck mich doch, Alter. Ja, schade. Okay, wir haben aber noch eine Chance. Boah, Alter, mega spannend, ey. Das war mega schwer jetzt. Aber mega spannend. Wir müssen die echt mal so als eine Gruppe überrennen, so weißt du? Ja, ja. Lass mal ganz nah beieinander stehen und die so voll überrennen, weißt du, was ich mein? Jeden einzelnen dann so nach der Reihe so holen, das wär echt voll geil. Bei Bastions wären eigentlich gut, ey, das stimmt. Denkt an euer Training und wir sollten... Jetzt mal hier so eine Uschi, Alter. Du weißt, du weißt, guck mal her, 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 guck mal her. Du bist eine Ulti, da musst du dich einfach genau in die Mitte stellen, ne? Du kannst halt alle wegrotzen, Alter. Das ist halt so eine Bombe, weißt du? Ja. Hast du schon gesehen? Der Anzug explodiert einfach dann. Guck mal, kann fliegen, eigentlich? Noch Bombe, Alter. Die Leute, jetzt schön zusammen. Rechts, Robi, rechts. Wo? Das Flottmann. Da. Geil, passt gut. Und... Yo, Alter, auaab. Wenn du jetzt Q-Ready hast, Tobi, dann kannst du deinen Meck wiederholen. Q, Alter, da hab ich noch 10%, äh, noch 90% bis dahin, Alter. Oh, Leute. Fack mal. Das ist nicht gut. Und ihre rosa Pistole, ey, die kann ja gar nichts. Boah, ich bin drin. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber ich wollte gerade helfen, Brunze. Okay, Tobi ist drin, jetzt können wir bisschen Schaden machen, ne? Wenn du den Schaden aus sich nimmst. Hier steht es nein, nein. Da sind wir drin, nice, nice, nice. Hier war ne Bastion, ne? Nice, super, nice. Jetzt positionier ich mal in die Seite, ne? Jetzt positionier ich mal in die Seite, ne? Ich hab große Pläne mit dir. Meine ganze Arbeite. Du bist du neben hier? Bist du auch oben hier? Gegenüber von A? Nein, ich bin auf dem Spot drauf. Ja, komm, Bastion. Ja, die sind drei, drei Leute. Heiße, Mann. Ich bin keine gute Verliererin. In dem ist ein, ne? Habs. So. Hallo. Ah, Mann. Oh, nice, der ist down. Super. Super. Boah, was ne Runde, Alter. Ja, geil, ey. Geh hin drauf. Das ist schon mal... Mein Name drauf. Okay, ich hab mal ne Ulti. Du stand da oben schon ganz cool. Ich hab auch mal ne Ulti. Ich muss mich einfach hier in die Mitte stellen, oder was? Ja, genau. Am besten... Also... Du bist halt dann... Ich geh kaputt. Du bist halt dann... Ich geh kaputt. Du bist halt dann... Ich geh kaputt. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh. Was knapp denn? Ich, Mann. Wer ist denn alive? Hey. Ja, komm. Und down. Oh, ho, 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 ho. Das hat der denn gemacht? Toll, ich hatte ne Ulti gehabt, Mann. Ja, bei mir auch. Da ist das immer noch auf fronten. Vorsicht, Vorsicht. Oben. Ja, wir haben 52, 53. Ist super, ist super. Geil, Mann. Ich lebe. Ja, Mann. Oh, ich bin selbst getötet, Mann. Geil. Geil. Ne, das. Oh, kacke. Wir haben immer noch den Spot. Volle Energie. Super. Ich stell mich jetzt kackenkreis in den Spot rein und mach hier das Geschütz. Ja, mach auch. Ja, mach, mach, mach. Das ist gut, ey. Dann ist Mann. Kein zum Racken. Verlust los. Alter, wo wir reinkommen. Die kommen alle hier hinten rum, ne? Pass auf. Ich kann auf die Liege. Baaah. So, die sind alle bei Bronze auf der Seite. Oh, 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 oh. Die kommen alle hier hinten rum, ne? Ich kann auf die Liege. Baaah. Ja, ich hab meine Shed, Shed. Baaah. So, die sind alle bei Bronze auf der Seite. Wir haben's, oder? Oh, ich wollt grad sagen, Alter. Das sah so rot aus. Ich dachte, wir haben jetzt so verloren, weißt du? Nice, Leute. Guckt euch das an. Wir haben's geschafft. Boah, Tobi, der will immer knattert. Ey, mal das. Lennu ist schon wieder, ey. Nur weil's Tobi ist. Lennu ist am LG Pro, das? Ja, Torbjörn halt, ne? Das ist krass, was du gemacht hast, ey. Ja, schlecht, sorry. Ja, ohnehin. Super runde, ne? Hä? Das war doch mal eine super runde, Alter. Ich steh die in der Mitte. Ja, Leute, das war ne neue Folge Overwatch. Wir sehen uns wieder an der nächsten Episode. Machen daumen auf, wenn euch die Folge gefallen hat. Danke für eure ganzen Tipps und die Kommentare. Tobi hat das letzte Wort. Nee. Penel.